Musik Gut, jetzt könnt ihr noch in die Vöre kommen und die Kamera zeigt nur auf mich. Seht ihr also nicht so? Seht ihr nicht? Also. Wir gehen jetzt um einen Cross-Step. Wir machen einen Cross-Step, Cross-Step, Step, Turn, Step, Turn. Noch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klappt, oder? Wenn ihr es noch etwas cooler machen wollt, machen wir es noch mit so Hiltöte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch mal. Und. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt haben wir einen Schritt mit rechts oben. Knie-Pop mit links. Knie-Pop. Das ist auch nicht schwer. Machen wir noch mal. Knie-Pop. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2. 3 und 4. Jetzt haben wir einen Rock. Recover. Ein Back. Ein Toe. Turn. Wenn wir setzen, können wir noch etwas schneller. Wir haben 1 und 2. 3 und 4. 5, 6 und 7, 8. Knie-Pop. Noch mal. Und. 1 und 2. 3 und 4. 5, 6 und 7, 8. Knie-Pop. Bevor. Und. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2. 3 und 4. 5, 6 und 7, 8. Knie-Pop. Super. Jetzt machen wir es auf die Seite. Achtung. Und. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2. 3 und 4. 5, 6 und 7, 8. Knie-Pop. Gnade. Nommas. Er ist happy. Wir sind auf dem ersten 8. Achtung. Und. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann zusammen. 1, 2, 3, 4. Wir gehen raus, raus, zusammen und dann zum Kniepum. So, alles zusammen. Warten. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4. 5, 6 und 7, 8. 1, 2, 3 und 4. Jetzt, wir gehen mit dem Druck. Schliessen rechts, schliessen. Schliessen. Wir machen das oben vorne. Wir haben so ein Out, Out, Schliessen, Kneipp-Hop. Zurück, Schliessen, Rechts, Schliessen. Dann können wir noch zählen. Das kommt jetzt schön. Achtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins und zwei, drei und vier. Eins, zwei, drei und vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei und vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Ja? Ja? Jetzt haben wir. Eins und zwei und drei und vier und. Also rechts und rechts und rechts und rechts und. Jetzt haben wir. Achtung. � Fool, два und drei und fünf, sechs, sieben, acht. Eins und zwei. Drei und vier. Fünf, sechs und sieben, acht. Eins, zwei, drei und vier. 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, eine Jazzbox nach rechts, 5, 6, 7, 8, ein Cross. Wichtig auf dem rechten Fuss. Hände können wir gleich zählen. Ich sehe es schon, alle eure Kollegen in der Sendung kommt hier. Das kenne ich noch nicht mehr weiter. Sehen wir, was sie leisten als Leiter. Achtung! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sollen wir es noch mal machen? Vorsicht, Halber, machen wir noch mal. Das funktioniert schon super. Ist dann ein 4, habe ich das schon gesagt. Macht, hopp. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6 und 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt kommt der ganz schöne Part. Und zwar machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in Quadrat. Und das Quadrat liegt in der Diagonale. Also wir fangen in der rechten Diagonale an. Mit der rechtshöher. Dann rechts, Touch. Dann hier in der Diagonale. Nichts, Touch. Dann hier in der Diagonale. Rechts, Touch. Und wieder nach hinten. Nichts, Touch. Nehmen wir es auf. Noch mal. Mit der Hand um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zu mir. Achtung! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6 und 8. 1 und 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut gut. Jetzt haben wir mit rechts. He and He and Step, Knie, Pop. Mit rechts. He and He and Step, Knie, Pop. 1, 2, 3, 4. Genau, gerade zusammenhängt. Wir sind bei der Hälfte. Achtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das нравится wir schon mal. Gut. Klappen bis jetzt. Gut, dann helft ihr wieder Heel and Heel, Step, Kick. Also der ganze Teil ist Heel and Heel and Step wie Pop, Heel and Heel, Step, Kick. Hier direkt nach rechts. Nochmal. Heel and Heel and Step wie Pop, Heel and Heel, Step, Kick. Oder soll ich Tö sagen für dich? Nochmal. Heel and Heel and Step wie Pop, Heel and Heel, Tö, Kick. Gut. Dann haben wir es schon bald hinter uns. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6 und 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7. 1 und 2 und 3 und 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. Perfekt. Perfektرك. Perfekt. failuresK sehr stark wir es weitermachen. Perfekt. Perfekt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6 und 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7. Diagonal. Fastengrau. Und hier und hier. Nicht mal. Nicht mal. Nicht mal. Nicht mal. Nicht mal. Nicht mal. Achtung. Mach mal wieder mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. 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 Goeir, jetzt haben wir Cross Side Behind Tight Cross. Was Germ 같은 things? Ihr rangeht vorne. Hier machten Cross. Cross, Side, Behind, Side, Cross. Und wenn ihr es etwas cooler macht, wenn ihr Kiefer macht, dann Cross, dann Roll, Behind, Side, Cross. Das ist das Achte. Eins, zwei, drei und vier. Jetzt fangen wir noch vier und wir sind fertig. Machen wir noch mal. Acht. Eins, zwei, drei und vier. Side, Rock, Drip, und fertig. Ich warte, ob ihr noch weiterkommen könnt. Ich habe jetzt einmal mit der Zeit. Also. Acht, und eins, zwei, drei und vier. Fünf, sechs, sieben und acht. Da ist der Drittel unten. Jetzt haben wir den linken Fuss nach. Und jetzt haben wir es gleich zusammen. Aber wir sind gleich fertig. Achtung. Eins, zwei, drei und vier. Fünf, sechs, sieben und acht. Eins und zwei, drei und vier. Fünf, sechs und sieben und acht. Eins, zwei, drei und vier. Fünf, sechs, sieben und acht. Eins, zwei, drei und vier. Fünf, sechs, sieben und acht. Eins und zwei und drei und vier. Fünf und sechs, sieben und acht. Eins, zwei, drei und vier. Fünf, sechs, sieben und acht. Eins und zwei, drei und vier. Fünf, sechs und sieben und acht. Eins, zwei und drei und vier. Fünf, sechs, sieben und acht. Eins und zwei und drei und vier. Fünf, sechs, sieben und acht. Eins, zwei und drei und vier. Fünf, sechs, sieben und acht. Eins, zwei und drei und vier. Eins und zwei und drei und vier. Fünf und acht. Eins, zwei, drei und vier. Fünf, sechs, sieben und acht. Jetzt kommen Camel Walks. 1, 2, 3, 4. Camel Walks heisst das so überlauft wie das Kommen. Also wir haben den Side Rocks Triple Turn. Und jetzt gehen wir hinten links und der rechte Kniepum. Das heisst der Camel Walk. Wir machen den Side Rocks. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Rock. Recover. Out, out. Pause. Fertig. Ich bin geistig über das Größte. So, nochmal. Und Side Rock. Und 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out, out. Pause. Nicht, dass wir den Scheiss verziehen. Achtung. Und 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Pause. So, dann wieder nach links. Also, machen wir nochmal. Ja, das ist ja kurz, das ist nicht so lang. Ja, machen wir den Camel Walk planisch vom Side Rocks. Side Rock, Triple Turn, Side. Und jetzt hinten. Vorher das Knie nimmt rechts. Kehren. Kehren. Also du machst eigentlich 3 Camel Walks in dem, was du einfach hast. Wir zählen es nochmal. 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8. Wir haben den Tag. Auf doch. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Perfekt, die siebte Achtung Fertig Achtung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fast Fast Wir machen jetzt gerade die Seite, die der Ventilator aus mir hat Eigentlich ist das heiß Also Die Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und die Wand sparen wir uns So Jetzt hat es da Restarts drinnen Restarts Und zwar die Restarts kommen mehr, wenn ich es sage Ich weiss gerade nicht, wann ich es sage, wenn es Restarts kommt Und da hat ein Tag drinnen Auf diese Wand So wie ihr jetzt nicht stehen würdet Aber wenn wir es auf diese Wand machen Das ist die Kettenbinden nicht Es ist einfach ein Tag Ich mache nicht Nein, ich mache nicht, wie ich kann Wir machen rechts Links Wellen Nach rechts Nach rechts Und nachher Nach links Und dann kommt er wieder an Und jetzt machen wir das So, dass es schön aussieht Genau Und dann können Alle auch vollen Zack Und rum Und ich mache eben ein Piss Was ihr noch machen So U U Wellen U Rechts Nach rechts Und dann kommt er gleich an Genau Ich finde das mega cool Wenn ihr das macht Dann muss ich sicher auch nicht Erstmal Wir machen es einmal langsam mit Musik Jetzt können wir mal ein Tag machen Bis das nicht gelandet hat So So 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 2 7 8 1 2 2 3 3 4 5 7 8 1 2 2 3 4 5 7 8 4 5 5 4 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 10 12 12 9 5 6 7 7 8 10 9 9 10 12 13 14 14 15 15 15 15 Also, on tight. Manqueur, manche, 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 manche. So cool, so good. Sehr schön! Let's open it at Risa! Open Risa! So, go, go, go! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020